So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. So, ich habe gerade noch ein bisschen vor dem Livestream auf die Karte geguckt. Was ich auf jeden Fall noch erkunden möchte, ist das Gebiet hier links, inklusive hier der Energiezelle. Da hätten wir nochmal durch die vier Fragmente, hätten wir nochmal zwei ganze Zellen. Und was ich dann noch möchte, ist, dass wir vor dem Spinnenbossfight, äh, Karte, dass wir hier das dunkle Gebiet noch erkunden und dann, äh, genau, dann kommt der Spinnenbossfight, vor dem ich mich schon so ewig drücke. Und tatsächlich wird das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr so lange gehen. Also gut, dann die 100% natürlich noch sammeln, aber, oi, hab schon wieder so lange nicht mehr gespielt. So, ich laufe noch alle, äh, noch, noch richtig gut. So. Ja, komm, du mich auch. Ah, Gott, da ist einer im Wasser. Ah, komm, weißt du was, das nutzen wir doch glatt. Äh, wupp. Oh. Da bin ich wohl ein bisschen zu weit gegangen. Na ja, egal, dann wäre hier schon mal, äh, ein Erz gewesen. Und unten ist irgendwo das Fragment, aber ich glaube nicht, dass wir von hier oben aus da langen können. Na gut. Dann, wupp. Gehen wir den gewunden Weg einmal nach oben. Und können doch glatt hier runtertauchen. Gut, das gäbe uns ein bisschen... Aua. Äh, ein bisschen Essenz. Essenz. Ja. Oben waren wir schon. Gut, gehen wir mal zuerst nach da, äh, links oben, soweit wie es geht. Ah. Du bist ja... So ein Ding. Es ist schon... Es ist noch ein, zwei da höher. Ui. Äh. Nein. Nein. Ui. Äh. So, irgendwie hoch und... Au. Äh, ich war ja... Falt zu tasten. So, komm, nochmal. Äh. Ja, doch, so passt das eigentlich. Jetzt können wir das Ding aufschlagen und... Energy! Und dann nach unten. Ne? Wir müssen irgendwie da eine Möglichkeit finden, nach rechts zu schwimmen. So. Aber wir können ja unter Wasser... Aua. Keine Angriffe nutzen. Das geht schon eigentlich zu tief, ne? Oh, mein... Ne, Moment. Nur mal Kommando zurück. Ich wecke dir, wir müssen das Wasser da drüben nutzen. Und... Dass wir... Ja, genau. Dass wir hier runter tauchen. Ne, warte. Ach, scheiße. Das war noch eins, zwei, drei drunten. Ups. Okay, nochmal zurück. Sup. Äh, fallen. So, hier ins kühle Nass. Genau, hier geht's rüber. Ah, oh. Ah, äh. Nope. So, zack. Energiezelle. Her damit. Und... Und... Ich glaube nicht... Ah, doch. Dass wir da noch was finden. Ein bisschen... Ähm... Ähm... Geisternicht. Sehr schön. So. So. Warte, ich muss mal hier was kleiner machen. So. Stup. Und jetzt können wir die anderen drei Dinger holen. Ah ja. Stacheln. Ne, warte. Zwei sind's denn... Ah. Das war noch da hinten. Ach ja. Zwei, dreimal das Spiel noch durchspielen. Dann weiß ich zumindest, wo ungefähr alles ist. So. Wo ist es? Oh, das... Oh, das war noch lang nicht da. Noch viel weiter darüber. Stup. Ah, das war die, äh... Unsere, ja, lieblingsverpackte Stelle, ne? Ja. Okay. Warte mal. Dann. Warte, da kann ich rein. Ui. Was gibt's denn da hinten? Ach so, doch. Das ist nur ein Ausgang. Warte, ich will zurück. Ui. Dann nochmal hier rein und... Äh... Wupp. Gehen wir mal hier den, äh... Safen-Pfad außen lang. Das Wasser ist clean, also... Da ist keine Sorge. Und... Aua. Aber unten waren Stacheln. Toll. So, festhalten bringt da absolut gar nichts, weil hier Stacheln sind. Und ich trau mich da auch tatsächlich wirklich gar nicht rein. Ich, ich geh den Weg zurück. Der ist dann... Ui. Ah, ah. Es gibt irgendeinen Achievement-Fortschritt. Ne, irgendwie geht's nicht zurück. Also, ich kann auch teleportieren, aber... Hä, die Stelle ist doch einfach kacke. Ich muss da rein. Ja, okay. Äh... Das war zu früh. Ah, ne, hat doch noch gepasst. Wunderbar. Und... So raus. Super! Dann können wir jetzt... Den tollen Weg hier... Obwohl, was... Komm. Komm, einfach der Vollständigkeit halber. Nehmen wir das Geister nicht da auch noch mit. Ähm. Das krieg ich wie? Ah. So. Einfach, dass wir da die 4.000 Lichter sparen. Oder 6.000. Ne, ich glaube 6.000 kostet sogar das ganze Geisterlichtgedöns. Ähm. Und das... Dann auf der Karte... Aua. Schlussendlich sehen zu können. Oh, die Balken werden einfach mittlerweile so lächerlich groß. Ähm. Was haben wir hier oben? Waren wir schon. Gut. Dann ist hier der... Uh. Ausstieg. Nichts verpasst? Ne. Unten... Hat's... Ähm. Ein Ding. Ja. Ein Ding. Genau. Äh. Eine Energiezelle. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. So. Oh, oh, oh. Du bist ja dieses kurz festhalten. Ach, ich hasse euch, Dinger. Au. Warte mal. Äh. Das ist mir alles so unsafe. Ach, komm schon. Ich mag diese, ähm, diese Blumen halt so gar nicht, ne? Aber. Die sind okay, da kann man sich so festhalten, aber komm, geh mal baden. Ähm. Weiß nicht, die anderen Dinger sind so, äh. Dämlich, was bist du? Oh. Ah ja, gut, du kannst ja eigentlich selbstständig wegdashen. Oh, das nicht. Oder kommen wir es davor auch nicht wegdashen? Dann war es einfach ein, ein Glücksding. Äh. Warte, mehr, mehr Schmackes. Warte, die Abkürzung ist jetzt freigeschalten, ja. Okay, dann probiere ich es mal mit mehr Schmackes. Na, das reicht nicht. Oh, ja, warte, wenn du schießt, ist es natürlich auch cool. Äh, und ich dann zweimal in die Stacheln dash. Komm, geh. Heilen. Heilen. Der hat einfach gerade schon mal den Suizid-Move gemacht. Schöne Sache. So, jetzt aber. Ähm. Da bitte auch sprengen. Ne, das. Ah ja. Das können wir, das können wir machen. Ja, mit dem Dash muss ich auch. Du sollst schießen, ich weißen. Mit dem Dash muss ich vorsichtig sein. Ach komm, ich probiere es nochmal. Und. Ja, danke. Äh, für die Benachrichtigung. Abkürzung. Heilung. Und dann holen wir uns noch das Lebensding. Hallo Mario Champos. Ach, als ob der da noch durchkommt. Ganz im Ernst. Wow. Okay, super. Dann haben wir das Gebiet links erkundet, wie ich es wollte. Äh, hier das Gebiet doch noch mitnehmen. Das wäre ein Erz. Was zum Zerstampfen. Da könnten noch Dinge sein. Ja, ne, warte, die Dinge sind ja keine Lebensdinger. Lebenszellen haben wir alle. Karte. Haben wir alle abgegrast, ne. Außer das hier unten. Und da hier oben. Und hier drüben noch einige. Ah, die Windmüste könnte man natürlich noch machen. Hm. Da hat es bestimmt auch noch so einen Damagebaum. Aber ich wollte jetzt eigentlich hier unten das dunkle Labyrinth machen. Pass auf, ich teleportiere mich hier hin. Nimm die Energiezelle hier drüben noch mit. Und dann gehe ich in die Finsternis. Wieder einmal. Wird ein bisschen besser gerüstet, aber ja gut, ich meine, Leben bringt nichts, wenn man sowieso gewonnen schautet wird, ne. Also von dem her. Oh, da werde ich so Spaß haben. Hui. Hui. Ah, ja. Oh, ja. So, die Energiezelle war ja das mit dem äh, Rausschießen dann. äh, aus dem Wasser. Ui. Ah, na gut. Bisschen zu weit gegangen. So, hier. An der Stelle. Oh, oh. Na, warte. So. Tag, das Ding mitgenommen. Und ich glaube, das clevereste wäre einfach nochmal. Ah, ich hätte mich auch eher hier hin teleportieren können. Ja, das clevereste nochmal schnell hier hin zu teleportieren. Ah, komm. Gesundheit, Leben, nimm auch noch mit. Alles einpacken, was geht. Hui. So, und dann. Hui. Gehen wir. Wieder in die Tiefen. Und, ja gut. Runde und einfach nach rechts. So. Äh. Ja, okay. Egal. Ah. Ich bin ein zu früh. Ich wollte die Energie da drüben. Aber die ist hier ja noch gar nicht. Oh, Junge. So, hier. Äh. Müssen wir von weiter unten. Aua. Unten? Na, das geht nicht schneller nach oben. Ha. Dann habe ich keine Ahnung. Ach. Ja gut, die Energie. Die hatten wir doch schon mal. Dann bin ich wohl gestorben. An wahrscheinlich dieser, ui. Lustigen. Aber. Passage. Oder an dieser lustigen Passage. Na, die Passagen waren alle. Super lustig. Ach, nein. Das war ja mit den, ah, Dingern zum rausziehen. Plus ihr Dinger noch. Ah. Ja, ja. Äh. Keine Ahnung. Hier. Peng. Da oben drin war ich. Genau, gehe ich jetzt mal nach unten und links. Warte, ich habe ja Licht. Moment. Blitz. Äh. Machen wir mal auf. R. So, ja. Dann können wir entspannt nach unten gehen. Wir haben ja jetzt auch unglaublich viel Energie. Und kriegen auch mehr Energie. Blitz gilt auch unter Wasser. Was seid ihr denn für süße Steine? Wir haben auch keine Stammfähigkeit, ne? Hier ist ein Rückweg. Alles klar. Ah, ne. Ja, warte, warte, warte. Hier waren wir ja schon mal drin. Ja, genau. Da müssen wir jetzt eh ins Wasser. So. Oh, es sieht einfach so tot aus hier unten. Au. Luft brauchen wir nicht. Das hier ist auch nochmal extra Luft. Okay, brauchen wir immer noch nicht. Wir sind Langatmer. So, da haben wir eine schön ersehnte Energiezelle. Und dann wahrscheinlich noch ein Rückweg, ne? Ja, und das war's schon. Gut, dann wäre der Abschnitt erkundet. So, gucken wir mal noch die anderen Dinger an. Jo, Energie, nehm mal mit. Was auch immer mit euch Dinger los ist. Nehmen wir, aua, stacheln. und ja, das war's schon mal klar. Und jetzt, wenn das Einfluss ist, da war's額400 98ñas. Das war's schon mal. So, wir doğru, wo ja ohne Ohne zusammen. weil der ESC sind so تم und so hin. Ohnejas. Denn das war's schon mal. Boa lustig. Vielen Dank.